Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Umsatzuni. Einfach gut verkaufen. Mein Name ist Thomas Bautin und ich habe dir wieder was Spannendes mitgebracht heute. Das Schlagwort lautet Playbook. Wie du mit Strategie und mit Taktik gewinnen kannst und im Grunde geht es darum, wenn du deine Produktivität im Verkauf verbessern möchtest. Wenn du deine Erfahrungen, die du hast und deine Best Practice Ansätze standardisieren willst und wenn du dann deinen Verkaufserfolg vom Zufall befreien möchtest, dann ist das Playbook mit Sicherheit eine Überlegung wert und ich möchte dir das hier im Folgenden mal vorstellen. Der Name Playbook ist jetzt nichts deutsches, hast du es wahrscheinlich schon herausgefunden, sonst hieß es ja Spielbuch. Der kommt ursprünglich aus dem amerikanischen Sport. Beim Football hat zum Beispiel jeder Coach ein Playbook für seine Mannschaft und dieses Playbook, das ist der Goldschatz von jedem Coach und in diesem Playbook sind halt die Spielzüge drin, da sind unterschiedliche Strategien drin, da sind Taktiken festgehalten. Das Playbook ist damit die Grundlage, damit der Coach dann aus dem Vollen schöpfen kann im Spiel und ganz gekonnt seine Mannschaft orchestrieren kann. Und man könnte dann sagen, Playbook ist eigentlich nichts anderes als ein Rezeptbuch für Spielerfolge. Und jetzt kommt was Interessantes, dass jeder Coach hat nicht das gleiche Playbook, sondern jeder Coach hat sein individuelles Playbook mit seinen individuellen Erfolgsrezepten. Und ist ja auch klar, wenn ich dann darüber nachdenke, von wem hätte ich denn gern so ein Sales Playbook, wenn ich da eine Sportmannschaft hätte, dann würde ich am liebsten das Playbook haben von dem, der Erfolg hat und nicht von dem, der in der Liga auf dem letzten Platz steht. Jedes Playbook ist unterschiedlich gut auch. Und da ist es gar nicht jetzt verwunderlich, dass Playbooks mittlerweile nicht nur für den Sport angesagt sind, sondern dass sie auch immer mehr Einzug halten ins Big Business. Und warum? Weil es funktioniert. Und im Verkauf heißen diese Dinger nicht nur Playbooks, sondern sinnigerweise Sales Playbooks. Und über diese Sales Playbooks möchte ich mal mit dir kurz zwei, drei Gedanken verlieren, weil ich es für sehr, sehr sinnvoll halte und weil es auch eine spannende Untersuchung von einer Unternehmensberatung diesbezüglich gibt. Wenn du mal so guckst, also fangen wir mal an. Ich wette, wenn du Verkäufer bist, wenn du Freelancer bist, wenn du in einem Unternehmen arbeitest oder wenn du vielleicht sogar Chef bist von so einer Firma und die leitest oder Vertriebsleiter. Es gibt in jeder Firma schon eine Art Playbook. Die heißen dann nicht Playbook, aber die meisten Unternehmen haben zumindest Teile eines Playbooks für ihren Vertrieb. Und das sind irgendwelche Skripte, das sind Werkzeuge, Vorgehen zu weisen, das sind Präsentationen, die sind immer vorhanden. Das einzige Problem, diese Teile sind oftmals, so das ist meine Erfahrung, oftmals weit davon entfernt in einem strukturierten Playbook festgehalten worden zu sein. Das ist eher manchmal vergleichbar mit einem Kinder zum eines Vierjährigen. Wenn du da reingehst, es ist zwar alles da, aber du findest halt nichts wieder, weil alles irgendwo durcheinander fleucht und kreucht. Und wenn wir ein systematisch erstelltes und geordnetes Playbook, Sales Playbook mal mit einem Puzzle vergleichen würden, dann wird schnell klar, wenn die Puzzleteile überall verstreut rumliegen, dann wird das Puzzle nie fertig. Und das klingt unerfreulich und das ist es auch. Und in vielen Firmen, das kann ich jetzt mal aus einer Erfahrung von 20 Jahren sagen, in vielen Firmen liegen die Puzzleteile rum und in manchen gibt es gar keine Puzzleteile. Und das ist spannend, darüber nachzudenken für sich selber. Und Firma ist jetzt ein Synonym. Also wenn du jetzt Einzelkämpfer bist, dann überleg mal, wo sind deine Puzzleteile? Sind die strukturiert und ordentlich geordnet? Ergeben die ein Gesamtbild? Oder sieht es bei dir aus wie im Kinderzimmer von Vierjährigen? Und wenn das so aussieht, dann ein unfertiges Playbook, Freunde, das bringt allerbestens homöopathische Ergebnisse. Du wirst immer wieder an denselben Stellen schwierig vorankommen. Und das muss nicht sein. Ein gut strukturiertes, ein sauber ausgearbeitetes Playbook wirft eine saubere Dividende für dich ab und dann natürlich auch für deine Firma. Es gilt die alte Regel. Stimmt der Umsatz, freut sich der Chef, freut sich der Chef, freuen sich alle. Und in der Ehe gibt es da auch einen schönen Satz für Happy Wife, Happy Life. Andersrum gilt natürlich auch die gleiche Dynamik. Ohne Umsatz hat es sich schnell ausgefreut. Das ist auch doof. Deswegen, lass uns mal gucken, wie man sich im Vertrieb am besten freut. Und das haben sich die Leute von Aberdeen, einer Unternehmensberatung, schon 2011 gefragt. Die sind nämlich mit einer Untersuchung an den Start gegangen und haben untersucht, gibt es Unterschiede zwischen Firmen, die ein Sales Playbook im Einsatz haben und Firmen, die ohne Sales Playbook, ohne diese Strukturiertheit arbeiten. Und das war 2011. Und die Ergebnisse sind unglaublich. Firmen, die ein konkretes Sales Playbook im Einsatz hatten, waren doppelt so erfolgreich bei ihren Vertriebsergebnissen wie Firmen ohne Sales Playbook. Leute, doppelt so erfolgreich. Nicht 5%, nicht 10%, nicht 3,7%, doppelt so erfolgreich. Der Mathematiker würde sagen fast 100%. Und das war 2011. Und trotzdem 2019 gibt es immer noch ganz viele Firmen, die unstrukturierter arbeiten, als sie arbeiten müssen, obwohl wir wissen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeiten erheblich höher sind. Jetzt langsam dämmert so die Konjunktur so ein bisschen ein. Wenn Konjunkturen eindämmern, dann überleben in Anführungsstrichen jetzt nicht mehr alle. Das bedeutet, wenn du in guten Konjunkturen kommst, du mit viel durch, wo du in einer schwierigen Wirtschaftslage nicht mehr mit durchkommst. Und viele Bereiche müssen sich professionalisieren. Und das ist auch immer ein guter Zeitpunkt, um mal wirklich rüber zu gucken. Im eigenen Bereich und im Firmenbereich können wir besser werden im Vertrieb. Stichwort Freunde, lautet Sales Playbook. Und die Leute von Aberdeen, Unternehmensberatung, die machen das ja nicht aus dem Bauch heraus. Die gehen ja nicht irgendwo hin und sagen, ich denke, hier ist schon ein Steigerungspotenzial von 50%. Die legen dann immer knallharte KPIs auf dem Prüfstand. Die haben untersucht in der Untersuchung zum Beispiel die unterschiedlichen Dauern des Kaufprozesses. Also wie lange dauert es vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Die Zielerreichungsquoten von Verkäufern wurden verglichen. Die Anzahl der Verlängerungsmandate, die Konversionsraten von Leads und so weiter. Also das hat alles Hand und Fuß und unterm Strich kommt eben raus, es macht Sinn. Es ist doppelt so erfolgreich. Wenn du noch kein strukturiertes Playbook hast, musst du das Rad nicht neu erfinden. Es ist alles da. Die Dinger sind schon vorstrukturiert. Allerdings musst du in solchen Strukturen reinarbeiten. Ich will dir mal ein bisschen zeigen, was ist da drin, um dir eine Vorstellung zu geben. All das kannst du natürlich auch downloaden als PDF in den Begleitkurs. Dann hast du da die Übersicht, die Sammlung, wie so ein Sales Playbook in der Grundstruktur aussieht. Lass uns mal am Anfang auf den Verkaufsakt in Anführungsstrichen fokussieren. Das bedeutet, der Erstkontakt ist bereits hergestellt. Was muss dann in so einem Sales Playbook drin sein? Da muss am Anfang der komplette Verkaufsprozess aufgezeichnet sein mit allen Milestones, die da drin sind. Je komplexer dein Gebiet ist, umso mehr Milestones hast du eben Berührungspunkte, hast du von dem ersten Kundenkontakt bis zum Abschluss da drin. Also Verkaufsprozess muss rein. Deine Value Proposition muss rein. Also eine ganz klare Ansage, was du mit an den Tisch springst, dass die den Kunden auch überzeugt halten. Und kein rumgehampel? Ja, ist vielleicht das nicht das allerpassendste Wort. Also nicht so viel sich ausdenken, sondern lieber strukturiert den eigenen Wert rüberbringen können. Battle Cards für jeden deiner Wettbewerber, Skripte für die Argumentation deiner Produkte, Einwandbehandlungsskripte für die gängigsten Einwände im Erstgespräch, Fragenbuffets für ein sauberes Kundenprofiling, super wichtig. Da sind so Dinge drin, wie die ausgearbeiteten Problemfragen, Auswirkungsfragen, Kriterienfragen und so weiter. Dann brauchst du Dealentwicklungspläne für jeden einzelnen Baustein in deinem Verkaufsprozess. Wie geht es weiter? Du brauchst einen Follow-up-Prozess. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter gucken und auch den Erstkontakt mit reinnehmen, also den kompletten Aspekt der Kaltakquise, dann muss das Sales Playbook noch ein bisschen dicker werden. Vielleicht macht es sogar Sinn, dann zwei zu haben. Du musst da reinpacken, wie sieht eine Vorbereitung aus, eine Pre-Call-Research, würde jetzt der Franzose sagen, damit das nicht ausufert, damit du nicht stundenlang für den ersten Kontakt da rumrecherchierst, nur um dann zu hören beim ersten Anruf, oh ja, Herr Mayer, der ist im Urlaub. Dann war die halbe Stunde mal vergebens. Also wie bereitest du dich kurz, knackig vor, damit du ein gutes Einstiegsergebnis hast? Da müssen typische Trigger-Events rein, die den Bedarf deines Kunden anzeigen, damit du das Timing in deiner Kaltakquise erhöhst. Da brauchst du Aufhänger, du brauchst gute Interessewecker und du brauchst vor allem die Skripte dafür. Was genau sagst du am Anfang des Gesprächs, damit du in der Kaltakquise auch entsprechend Punktes und nicht nur Frustrationen erlebst früh. Du brauchst andere Fragen, definitiv andere Fragen in der Kaltakquise als im Erstgespräch und du brauchst auch komplett andere Einwandbehandlungsskripte, weil du häufig in der Kaltakquise mit diesen Killereinwänden konfrontiert wirst, kein Interesse, keine Zeit, kein Geld und so weiter. Und da die kriegst du im Erstgespräch nicht mehr so, sondern das sind so Akquise-Hammer und das sind richtige Deal-Breaker und da, wenn du die nicht drauf hast, dann kommst du eben nicht weiter. Und vielleicht hast du meine Einwandkarten da entsprechend schon bestellt, da geht es ja genau um diese Deal-Breaker und dazu habe ich jetzt auch vielleicht eine kleine Schleichwerbung an der Stelle, nochmal einen Kurs erstellt, wo ich zu jeder Taktik, zu jeder Strategie nochmal ein Video gemacht habe, nochmal extra Arbeitsblätter erstellt habe, so dass du wirklich in dem Aspekt Einwandbehandlungsskripte da dann den Teil des Playbookes wirklich sehr professionell zusammenstellen kannst. Du findest das auf meiner Homepage oben im Menü unter Produkt oder Online-Kurs, wenn du da mal nachgucken willst. Und genau wie für den Einwand brauchst du eben für den Abschluss entsprechende Ideen, wie du da vorgehen willst für die Kaltakquise. Die ist immer so ein bisschen mehr strukturiert als das Erstgespräch, also da überlässt man kaum was dem Zufall bei der Kaltakquise, deswegen sind da die Playbooks doppelt wichtig. Und klar, auch in dem Fall bei der Kaltakquise brauchst du einen Follow-up-Prozess. Kurz gesagt, um jetzt mal das auf einen Punkt zu bringen, alle Werkzeuge, die dir helfen, aus einem interessenten, schnell und effektiven zahlenden Kunden zu machen, die müssen da rein. Und das bringt auch ein gutes Playbook, wenn man es hat. Und die Frage ist dann jetzt, wenn du sagst, okay, Playbook habe ich verstanden, finde ich eine gute Idee, wo fange ich an? Und wenn ich in Firmen reingehe und mit den Playbooks erstelle, wir fangen immer mit der Sichtung an. Wir sammeln immer alles zusammen, was schon da ist und das empfehle ich dir auch. Du hast beispielsweise für die gängigsten Einwände schon mal ein Skript erstellt oder mehrere Skripte. Komm her damit, wir gucken uns die an. Du hast bereits Vorlagen für deine Mails mit Kunden. Super, her damit. Also du sammelst erstmal und jetzt kommt der Akt des Ordnens. Jetzt ordnest du diese Dinge, die schon vorhanden sind, deinem Verkaufsprozess zu. Deine Einwandbehandlungskripte zum Beispiel kommen jetzt in die Phase Kaltakquise, Leadqualifizierung oder Sondierungscall oder vielleicht auch ins Erstgespräch. Du hast Präsentationen für unterschiedliche Branchen bereits erstellt, die kommen in das Erstgespräch, in den Bereich Präsentation. Du hast White Paper oder du nutzt Case Studies. Überleg dir, wo diese entsprechenden Thematiken von White Paper oder von Case Studies am meisten Überzeugungskraft entfalten. Da werden die im Verkaufsprozess zugeordnet. Und dann hast du eine sehr schöne Ordnungsstruktur. Erstmal, also man könnte sagen, das Inhaltsverzeichnis deines Playbooks erstellt. Die Frage ist, du wirst bei so einer Sichtung feststellen, es gibt weiße Flecken. Das ist gar nicht schlimm. Das ist kein Grund zur Panik. Das ist ein Grund, fleißig zu werden. Wenn du allerdings nur weiße Flecken hast, dann stehst du wahrscheinlich ganz am Anfang. Es ist viel in deinem Kopf drin. Es ist ja nicht so, dass du deswegen irgendwie noch nicht da reingedacht hast. Es ist bloß halt alles noch nicht strukturiert aufgezeichnet. Dann würde ich dir raten, so aus Erfahrung, fang mal mit der Phase an, wo im Moment dein Flaschenhals liegt. Und ich mache dir mal ein Beispiel. Du bist super, wenn du beim Kunden bist, allerdings du kommst halt so selten dazu. Dann liegt dein Flaschenhals ganz vorne im Verkaufsprozess, in der Akquise. Und in diesem Fall gilt es darum, du musst halt deine Sales-Pipeline vollhauen und Kontakte machen. Fange deswegen, würde ich jetzt mal sagen, bei deinem Playbook exakt bei dieser Phase an. Fang mit dem Qualt-Akquise-Teil an, überleg dir die Trigger-Events, formuliere deine Interessewecker, werde fit bei den Killer einwenden. Also da lohnt sich ein Reinarbeiten jetzt am meisten bei dem Aufwand, den du da betreibst. Und das ist Aufwand, Freunde. Müssen wir nichts vormachen an der Stelle. Es kostet Zeit und Mühe, aber der Aufwand, den du dann da am Flaschenhals betreibst, der bringt dir die meisten Ergebnisse dann am schnellsten. Wenn dein Flaschenhals anderswo liegt, du hast beispielsweise genug Kontakte, bloß das Problem ist eben einfach deine Abschlussquote ist unter aller Sau. Dann brauchst du nicht noch mehr Kontakte da reinhauen. Dann beginnt definitiv deine Arbeit bei der Struktur deines Erstgespräches. Du musst dir überlegen, was ist Symptom und was ist Ursache. Und häufig ist es so, Abschlussschwäche ist ein Symptom und die Ursache liegt in der Bedarfsanalyse. Das ist ganz spannend, das mal zu durchdenken. Also mach dich dann in deinem Playbook exakt an diesen Phasen ran. Das ist jetzt natürlich erstmal eher eine grobe Hilfestellung mit der groben Kelle, um herauszufinden, wo deine Optimierungspotenziale liegen. Ist das immer schwierig mit der Ferndiagnose. Aber es macht Sinn. Costolani hat mal gesagt, es bringt mehr mal eine Stunde über Geld nachzudenken, als eine ganze Woche dafür zu arbeiten. Und so ist es im Verkauf auch. Du musst von Zeit zu Zeit mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, wie die Strukturen sind, wo du als nächstes reinarbeiten willst, um wirklich Fortschritte dann entsprechend zu machen. Okay, ich glaube, du verstehst grundsätzlich die Vorgehensweise und Ziel dieser Folge ist, dich zu motivieren, da ein Playbook zu haben in der Hand, was für dich individuell deine Erfolgsrezepte zusammengetragen hat. Und wenn du dein Playbook dann fertiggestellt hast, das ist dann ein lebendiges Dokument deiner Verkaufsstrategie. Und das gibt dir die nötigen Einsichten und Ansätze, um jetzt deine eigenen Schwachpunkte zu erkennen und auch die der Wettbewerber. Und wenn du sie kennst, dann kannst du sie bei dir ausmerzen und bei anderen ausnutzen. Das ist der Trick. Du musst ja nicht der Allerbeste sein, du musst nur besser sein als deine Konkurrenten. Und dabei hilft dir eben der entsprechenden Sales Playbook. Zugegeben, Freunde, ist eine Menge Arbeit. Aber du kennst ja sicherlich die Geschichte von dem Waldarbeiter, der ein Baum fällt und da mit einer stumpfen Säge rumhaltiert und sich abmüht und kaum Fortschritte macht. Dann kommt der Spaziergänger vorbei und sagt, so siehe, also nehmen Sie sich doch mal einen Augenblick Zeit, um ihre Säge zu schärfen. Dann geht es ja viel schneller. Und dann antwortet der Waldarbeiter, keine Zeit, ich muss den Baum fällen. So und wenn du nicht der Bauarbeiter sein willst, der so kurzfristig denkt, von der Tapete bis zur Wand, sondern wenn du jemand bist, der sagt, nein, ich gehe lieber mal einen Schritt zurück und investiere ein bisschen Zeit, um dann weiter springen zu können. Ich schärfe meine Säge. Dann wäre mit Sicherheit jetzt der richtige Zeitpunkt zu überlegen, wie deine nächsten Schritte aussehen. Dabei möchte ich dir nicht im Weg stehen. Deswegen beende ich jetzt diesen Podcast. Wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen auch aus dieser Folge mitgenommen und wir sehen uns wieder bzw. hören uns wieder. Bis dahin. Ciao.